Ich befand mich in einem Raumschiff. Das Raumschiff fuhr in Richtung Sonne. Die vier Marsmännchen an Bord piepsten und blinkten vor Freude. Ich war einsam, der einzige Mensch im Raumschiff. Das Weltballfahrzeug steuerte ein weißer Blühspeer. Plötzlich musste ich lachen, lauenhals und lange. Alle Marsmännchen starrten mich verblüfft an und piepsten und blinkten nicht mehr. Der schweigsame Raumschiffkapitän spricht der Blühspeer, brüllte Ohren betäubend. Bravo, lauf auf! Und ich lachte lautstark weiter, ich lachte so lange, bis wir die Sonne erreichten. Die todernsten Marsmännchen, ich der Lachaffe und auch der frohgestimmte Blühspeerpilot verließen das Raumschiff und wadeten im Sonnenlicht wochenlang. Die Marsmännchen wurden knallrot, ich giff gelb und der Bär braden schwarz. Toller Urlaub, sagte ich mir, Rückfahrt zum blauen Planeten, sprich Erdkugel. Jetzt bin ich wieder arschbroser, die Marsmännchen wieder glühgrün und der gute alte Raumschiffkapitän ist wieder eisbärenweiß. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Vielen Dank.